Hallo, welcome to Nadine's Kitchen. Heute zeige ich euch, wie ihr zu Hause ganz einfach Sahnebonbons machen könnt. In euren Tapf macht ihr ein bisschen Butter rein, dann ein bisschen Zucker. Das Rezept geht wirklich vollkommen nach Gefühl, deswegen ja. Ich mache einfach von allen so ein bisschen was rein. Wundert euch nicht, das wird schon. Das hier wird jetzt ganz langsam erhitzt. So sprudelt das nach einer Zeit vor sich hin. Hier könnt ihr jetzt ab und zu umrühren, aber darauf achten, dass die Masse nicht braun wird. Denn sobald diese braun wird, geht es ganz schnell. Jetzt wird es auch langsam brauner, wie ihr sehen könnt. Und die Konsistenz verändert sich. Jetzt sieht es so aus und wir müssen die Masse rausnehmen. Ich mache das immer auf den Teller, weil sonst klebt ja euch alles voll. Hier haben wir die Sahnebonbons. Weil ich sie natürlich mit der Handformel sehen sie nicht so ganz perfekt aus, aber schmecken tun sie richtig gut. Also, Taste Check! Ich liebe die so sehr. Probiert das Rezept auf jeden Fall unbedingt mal aus. Ich mache die immer voll, auch wenn ich dann Geweile habe und nichts Süßes habe. Also, let's go!